Ah, ich glaube die brauche ich gleich noch, deshalb weile ich sie jetzt erst mal, sonst würde ich sie jetzt gegen die AP5 tauschen. Aber hier kommt gleich noch was. Ein Boss oder so. Ah, hier ist noch so ein Dicker. Oh, und hier kann man sich ein bisschen aufpushen. Gefällt mir, gefällt mir. Oh, schön. Na, Granaten, hier kann man dann... Okay, dann speichern wir hier erst mal. Und zwar weil... Untertitelung... Hier macht mir mal ein bisschen hin. Oh. Schütte! Oh, fuck! da ist ein Fuß, oder so? Ist das ein Fuß? Bleib doch noch stehen Ja, das war ein Fuß Juh, die sind jetzt eh alle, dann kann ich die auch gleich Perfekt, doch Dann haben wir noch eine Karte mit Unabhängig aus Okay Hier und schwarz und schwarz Oh man, diese Schleichpassagen sind ein bisschen gay. Oh fuck. Nee, da ist es über Munition und so. Ich kann sie nicht einsammeln. Und wer hat das überhaupt aufgemacht? Bestimmt dieser Fettsack. No, Forrest, no. Bill Moody, den hab ich doch auch schon gesehen gehört. Das sagt mir ja wirklich viel. Absolut. Hier hat fast G gedrückt. G steht für Granate, meine Kinder. Hehehe. So. Oh geil. Geil, geil, geil. Was passiert hier? Ui. Oh, no, no. Der Leck. Hat sie mich doch um noch genutzt. Der Leck hat sich um noch genutzt. Oh. Oh. Oh man. Ich sehe es. Oh, oh. Yo, dann können wir Munition einsammeln, oder was? Wofür sind Medikits denn da, wenn man sie nicht benutzen darf? Hm? Na, also. Ich bin das erste Mal in den roten Bereich gekommen. Na, aber tot? Ne, ich doch nicht. Naja, noch nicht. Ich bin das erste Mal in den roten Bereich gekommen. Ich bin das erste Mal in den roten Bereich gekommen. Ich bin das erste Mal in den roten Bereich gekommen. Ich bin das erste Mal in den roten Bereich gegangen. Yay!